Was geht ab, ihr kleinen Mäuse? Es ist Samarayama, der Killer, der Chief und wir machen heute wieder mal ein Gewinnspiel. Heute kommt mein Album raus und ihr könnt etwas ganz Feines gewinnen. Das Gewinnspiel läuft wie folgt. Ihr ladet ein Foto oder ein Video von euch mit der CD nicht mit irgendeiner CD natürlich mit Barbies und Bargeld hoch und macht eine geile Pose, keine Ahnung vielleicht Feierpose oder weiß ich nicht, irgendwie wo ihr verkleidet seid. Es muss auf jeden Fall ein bisschen ausgefallen sein. Und ihr verseht das Foto mit dem Hashtag Samarayama, ganz einfach, Samarayama Ich suche dann nach euren Fotos wir bewerten diese Fotos suchen uns jeden Tag die 5 besten Fotos raus und posten wieder einfach bei mir auf der Instagram Seite und ja, dann werden wir anhand der Like-Zahlen den Gewinner des Tages ermitteln. So. Das Ganze geht 7 Tage lang ab heute bis zum nächsten Freitag gebt Gas, zeigt mir eure Videos, Fotos, egal was die 5 Besten kommen jeden Tag auf mein Profil werden gepostet und dann wird anhand der Like-Zahlen der Gewinner ermittelt. Was kann der Gewinner gewinnen? Die Koditscherke Die berühmte Samarayama Koditscherke aber nicht irgendeine Koditscherke sondern jeweils ein Unikat Jede Jacke wird es nur einmal geben, weil eure Initialien drauf kommen. Der Gewinner wird die Jacke mit seinen eigenen Initialien bekommen und somit denke ich mal haben wir eine feine Sache. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Fotos, auf eure Videos gebt Gas, wie gesagt 7 Tage habt ihr Zeit und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.